So meine Freunde, wir sind einmal Rang Nummer 17, das heißt wir können einmal hier runter. Werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Ja. Okay, wir gehen Richtung Polizeiakademie. So, wir haben auch neue Waffen dabei. Glaube ich mal so zum Teil, obwohl die hatten wir schon. Was haben wir hier noch? Die hatten wir auch schon, aber... Wir können hier mal ausprobieren. Wir haben eine coole Pumpe bekommen. Hier auch mit unendlich Schuss. Und anstatt dessen haben wir die Knarre mal weggelegt. Einfach so hingehen. Alter. Okay, die geht schon ab. Oh, jo. Ist aber auch eine geile... Ah, fuck. Weckung. Autsch. Äh, Moment. Mit der Pumpe komme ich noch nicht so ganz klar. Alter. Nein, nicht hoch. Trottel. Okay, Moment. Ich drücke immer komischerweise gerade B. Ich habe gerade eine Runde Uncharted aufgenommen. Und da drückt man immer bei Greis, also eigentlich B, damit wir hier in Deckung kommen. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Bei B tut hier das Spiel immer sagen, hochklettern. Das ist gerade umgekehrt. Auf A geht man in Deckung und auf B klettert man. Und bei Uncharted ist es direkt andersrum. Also zum Beispiel halt mit dem anderen Controller dann. Deshalb ja, so gut hat es nicht geklappt. Aber, ein Schuss haben wir getroffen. Wow. Gute Leistung. Man kann aber sagen, hat schon gesessen. Wenn man sich halt auch überlegt. Ich meine, okay, die Gegner müssen dann auch relativ nah dran sein. Aber man muss sich halt denken, man hat halt auch mit dem Teil unendlich Schuss eigentlich. Und wenn die dann nah genug dran sind und man dann so zwei Schüsse da reinballert, ist das schon ein bisschen heftig. So, jetzt hier. Steuerung bitte. So, ah, fuck. So, aber der eine hat auch richtig reingehauen. Oh, keine Granate. So, auf die Entfernung ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber. Sagen wir mal, wenn sie nah genug dran sind, macht es schon richtig fun. So, oh, Hallöchen. Nein, zu hoch. Oh, was für denn der? Der blöden Granate hier. So, einmal um die Ecke bitte. So, nur noch du, Kollege, oder? So schön, geil reinrennen. Bam. Nein. Na, komm. Renn nicht weg. Du Sack. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt haben wir hier. Irgendein Leistungsmod. Okay. Wir gehen einmal weiter. Kann man dann immer schauen, wenn dann so gerade die Sturmtruppen auf uns zugerannt kommen. Das ist, denke ich mal, richtig cool dann. Aber ansonsten, ja, ist Zeit, klar. Wenn die Entfernung nicht passt. So, komm, geht an. So, alle Waffen gleich leer. Das ist der zweite Schuss, wenn man daneben geht. Gibt's ja gar nicht. So, einmal nachladen. Hey, die haben wir sogar schon fertig. Achso, das ist ein Pfosten. Ich hab gerade gedacht, der hat irgendwas gedroppt hier. So, hier kann man nachladen. Die da kann man auch noch laden. Oh. Ja, hier wollte ich eigentlich nicht. Aber, ja, okay. Wir müssen ein bisschen durchlaufen. Ja, okay. Weil hier sind wir noch ein bisschen zu niedrig eigentlich. Hier haben wir gleich die nächste Mission. Aber wir gehen natürlich sehr schnell zu den anderen. Dann mal schauen, wie es dann... Ja, da sind wir vielleicht nach der Mission sogar Level 18. Hier ist Stufe 20. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Nein, hier will ich nicht hin. Es ist der Klima, der LeRae Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie sie retten, bevor sie da alles hochgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Mag ich doch gar nicht. Der Ausbruch ist zu Ende. War nur ein versehen. Wir wollen hier entlang. So, da vorne, okay. Keine bösen Jungs. Da hinten sieht man schon Blaulicht. Jetzt sei kein Arschloch. Ich hab Sie gesehen, okay? Alles in Ordnung? So, einmal hier rüber. So, und da vorne geht's los. Sind wir da? Stufe 16. Okay, in einem Gebiet, wo von Stufe 17 bis 19 war. Hm, okay. Das hätte mir schon früher hingegen können. Okay, dann schauen wir mal. Das jetzt sieht's ruhig aus. Aber ich denke, wir dürfen halt wohl auch noch rein. Ja, hat gerade so eine Leiter aufgeblitzt. Okay, in die Tiefgarage. Was haben wir hier eigentlich? Es ist immer so, dass die Leitern immer mal wieder aufblitzen. So, Kamera noch intakt. So, haben wir hier niemand? Ach ja, der perfekte Ort von Kampf. Vor allem hier Blut. Äh, hallo? Achso, untersuchen. Da liegt ja was. So, nee, auch noch von mehreren Seiten. Hast du Schiss da drüben? So. Das war nochmal schön. Nein! Ah, okay. Kursst noch in Deckung. Ja, super. Come on, ey. Gleich zwei, die auf mich so zukommen. Das ist natürlich ein bisschen übel. Vor allem, die kamen von der linken Seite. Ich habe eher nach rechts geschaut. Keiner geht in Deckung. Okay, wir lassen mal hier die Pumpe mal drin. So. Äh, die Leute noch da oder nicht? Nee, ich muss es, glaube ich, nochmal aufheben. Nee, Moment. Guck mal, da drüben ist auch was Explosives. So, kommt, 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 kommt. So, wir gehen mal ein bisschen zurück. Weil der eine, der hier so auf den Zug herankommt, der hier auch. So, jetzt hier einmal. Sehr schön. Mal Level 16. Müsste eigentlich funktionieren. Gar nicht so viele auf einmal kommen. So, wie viel haben wir denn noch? Wir schauen mal kurz. Nur noch einer. Oh, so sieht es so gut aus. So, komm, wo geht der hin? Oh, hallo. Na, super. Ich habe erst eigentlich keine Lust auf irgendwelche Fallen. Aber wir schauen mal. Haben wir hinter uns auch eine Türe? Okay, wo geht sie auf? Denk mal vorne, hoffe ich ja mal. Nein, doch nicht. Doch nicht. Wir sind schon da. Oh, so einer. Okay, wir gehen mal hier entlang, dann sehen sie uns nicht so. Ah, fuck, da war auch einer. So, na, jetzt gehen sie ja ein bisschen auseinander. Und ich weiß, ich weiß, was er tut. Natürlich gerade ein bisschen schade. Der kommt wieder. Das Problem ist, sobald ich schieße, sind alle, glaube ich, in Alarmbereitschaft. Jetzt hier den da abbadern würde, schnell genug. So heimlich durchlaufen kann man hier nicht ganz. So, wir laufen gerade gar nicht weiter. So, jetzt haben wir den hier markiert. Wir könnten aber vielleicht hier hinten rum. Aber da ist ja auch einer rein. Auf der rechten Seite. So, hier. Oh, da steht er sogar. So, wir schlägen uns voran. Okay. Na, jetzt. Ah, das ist ja Feuer. Ui, ui, ui. Jetzt ist er schon markiert. Ich will nur ein bisschen schauen, dass sie zusammen sind. Und da. Was haben wir hier drüben? Ein komisches Symbol hier. So, jetzt wäre es mal cool, wenn wir drei auf einmal damit treffen könnten. Der läuft ein bisschen nach hinten. Ja, leider. Nicht so ganz. Was macht der eine mit dem Raketenwaffe-Symbol? Keine Ahnung. Wir warten noch ein bisschen. Da hinten. Habe ich den markiert eigentlich? Irgendwie schon abgehauen. Kann das sein? Wir sind gerade eh ein bisschen auseinander. Vier Stück. Oh, super. Sechs Stück. Da hinten. Oh, nochmal so ein... So ein Sturm-To-Be. Wir müssen wachsam sein. Und wir müssen aufpassen auf die Sturm-Typis. Autsch. Autsch. Also manchmal hauen die richtig rein. Obwohl, der ist richtig nah dran. Okay, habe ich jetzt beide gemacht schon? Oder ist noch irgendwer einer? So. Wir haben, glaube ich, alle... Ja, müssten alle sein. Wir haben hier die Bonus-Dinger bekommen. Was haben wir hier? Dietrichs Set. Ah, okay. Mal gucken. Was das uns hier bringt. Wir haben so... Nur Munitionsblocks, oder? Nee, ne neue Knarre. Nehmen wir mal mit. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so... Super... Erscheint. Schauen wir trotzdem mal. Was sie uns bringt. Okay. Okay, hier geht's einmal weiter. Und weiter nach oben. Oh, je, je, je. Ah, okay. Sie wissen Bescheid. Aber irgendwie kam es noch das Ausrufesymbol. Obwohl sie eigentlich ja alles wussten. So, der Sniper. Natürlich ein bisschen aufpassen. Immer wenn er schießt, der Sniper. Kurz in Deckung. So, jetzt haben wir den hier. Jetzt nur noch dich hier. Der Ball hat richtig viel. Okay. So, wir gehen einmal weiter. Sogar hier entlang. Okay, der eine hat sogar was gedroppt. So, was gibt's? Eine FAL-Klassik. Hier gibt's nochmal Munition. Nehmen wir natürlich gerne mit. So, noch einmal heilen. So, wo haben wir denn hier drüben die Box? Ah, da kann vielleicht irgendwie ein Stockpack drüber oder drunter sein. Oh. Oh, gleich gesehen, oder wie? Okay. Hier den einen getroffen. So, na, wo seid ihr? Wo seid ihr? So, meine schöne Granate da hinten rein. Da kommt er. Auf den hab ich gewartet, eigentlich. So, Kollege. Einmal ein Checkpoint. Theoretisch könnten wir nochmal zurück, oder? Aber wir haben komischweise gar keine Granaten bekommen hier. Das find ich blöd. Ich meine, das sind ja genau die gleichen Boxen wie in den Safe-Häusern, aber da kriegt man auch Granaten in den Safe-Häusern. Hier kriegt man nur normale Sturmgewehr-Munition. Okay, hier haben wir gerade eine Granate abgesandt. So, anderer Aufzug. Der andere ist irgendwie vielleicht in Benutzung. Auch kein gutes Zeichen. Aber, nun gut. So, einmal angekommen. Trotzdem noch schwarzes Bild. So. Oh. Aufpassen. Nicht wegrennen, Kollege. Das ist ein Fehler. Das ist die Frage, ob es jetzt auch von hier kommen. Ich hab irgendwas von... Ah. Natürlich die Frage. Moment, ich schau mal. Oh, da hinten einer. Ach, nur einer, aber nur. So, jetzt kommt angerannt, Kollege. Na, da drüben. Jetzt kommt ein Nachschub. Oder ihr. Alter, da drüben. Da hinten ist ein Sniper. Und irgendwie noch mehr Leute. So, Kollege. Kaputt. Na, bleib cool. In your face. Ach, das war gar kein Sniper. Das ist irgendwie hier... So ein Scheinwerfer. Sieht so aus, als wäre es ein Sniper. Lauter Headshots. Kann sein. So, irgendwie hat es mir ja noch eine Bedrohung eigentlich angezeigt. Aber... Ich glaube doch nicht. Na, guck. Da stehen sie. Dann mal kurz markieren. So, ich wollte mal sagen... Hier könnten sie mich, glaube ich, auch sehen, oder? Ja, okay. Werfen von hier eine Granate. Wenn es funzt. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Problematisch. Fast an die Decke werfen. So, einfach mal ein bisschen reingeballert. Haben wir jetzt ein bisschen schön Damage schon gemacht. So, der eine ist kaputt gegangen. Wollt gerade noch so sein Geschütz aufstellen. So, jetzt haben wir hier... Die Angreifer besiegen. Achso, weil wir gerade so viele Ziele hatten. Jetzt kommt einer. Müssen wir schnell machen. Haben wir noch so einen Sturmtyp? Alter, nein. Nicht so ein dicker. Hier, Feuerlöscher. Bringt auch nicht viel. So, wir warten mal kurz. Das hat man vielleicht zuerst den kleinen machen, oder? So, erledigt. Jetzt haben wir nur noch den hier. So ein bisschen Treffmann, ja. So, der trifft mich halt auch, wenn ich so aus der Deckung rausballer, ohne zu schauen. So, er ladet wieder nach. Hier ein paar Schüsse auf den Helm. So, Kollege. Wir warten nochmal kurz. So, wir müssen jetzt langsam leer sein. So, wir müssen jetzt nicht so viel verballern. Ja, schön, wenn er rauskommt. Aber die brauchten so verdammt viel. Jetzt habe ich einen, einen so einen Balken weggemacht. Vorher habe ich irgendwie zwei oder drei weggemacht. So, ja, komm jetzt. Aber jetzt haben wir plötzlich richtig viele weggemacht. Das ist mal seltsam. So, oh, nachladen. Immer dieses blöde nachladen. So, einmal erledigt. Wir machen mal ein bisschen langsamer, damit unsere Heilkräfte sich wieder auffüllen. Aber ich denke, hier kommt jetzt gerade nichts mehr. So, ein bisschen Munition oder so. So, nochmal eine Box. Okay, und wieder nach unten. Jetzt sind wir im Aufzug nach oben, damit wir wieder nach unten können. Und dann... Achtung, Agent. Sie haben ein Echo in Ihrer Nähe. Okay, Moment. So, das Echo analysieren. Oh, da drüben. Hier ist zu. Hier ist offen. Aktives Echo-Signal geortet. Der sieht doch komisch aus. Irgendwie tot, aber irgendwie sitzt der ja da. So, wir schauen mal hin. Einmal hier in der Turnhalle. So, du hattest eine Chance für mich zu arbeiten und hast beschlossen, mir in den Rücken zu fallen. Um Himmels willen, das müssen sie nicht tun. Sie brauchen Hilfe, sie sind verrückt. Du widersprichst dem Mann mit der Waffe. Ich würde sagen, du bist verrückt. Ich... Ich fühle mich eigentlich ganz vernünftig. Moment, ich hab da noch was zu erledigen. Ich bin sofort da. Das kann nicht sein. Division-Agenten als Verräter, die sich gegenseitig umbringen? Das... Nein. Das gibt's nicht. Okay, Konzentration. Die Shade-Tag, die das Echo erzeugt, wurde gehackt. Die Identität des Agenten ist unleserlich. Wenn es bei Ihnen einen Sicherheitsraum gibt, kommen wir vielleicht an Sie heran. Wenn Sie die Überwachungsvideos nicht gelöscht haben und ich Sie hochladen kann. So, okay. In welche Richtung gehen wir? Einmal hier entlang. Einmal ein Verräter. Lade archivierte Sicherheitsdaten herunter. Okay, keine Neustartzone. Okay, Slate hier runter. Das dauert natürlich ein bisschen. Wetten, da kommen welche. Ach, da draußen sind sie schon. Aber ich kann sie hier nicht markieren. Beeilung, Sie sind nicht mehr allein. Abgeschlossen. Beginne Upload. Ja, jetzt geht die Tür auf. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. So, muss ich irgendwas mitnehmen? Hast du alles. Na, super. So, ja, tut mir leid. Bam! Genau, super. Gar nicht viel Schaden gemacht, eigentlich. So, Alter. Irgendwie hat es gerade gar nicht viel Gesundheit gegeben. Oh je. Alter, guck mal. Wie das hier abgeht. Ich komme raus und bin einfach tot. Eigentlich wollte ich halt erst mal gucken, wegen dem Sturmtrupp. Aber es war, glaube ich, auch nur einer. Aber schon ein bisschen heftig. Sie sind nicht mehr allein. Download abgeschlossen. Beginne Upload. Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. So, wir warten. Wir warten. Und zack, rein! Wo fliegt die hin? Verarschen? So, ja, viel Treffen tue ich halt auch nicht, natürlich. Alle schießen halt in meine Richtung. Aber es sind schon zwei weniger. So, das ist schon mal. Der da drüben ist noch in Deckung. So, ist auch nur ein ganz normaler. Groß, keine speziellen Fähigkeiten. Das ist natürlich gut so. Aber die stehen so da, dass man eigentlich immer schön den Kopf treffen kann. So, jetzt noch der da hinten. Okay. Also, immer noch nix. Hinterhalt neutralisieren. Schon nicht fertig. Oh, da ist so eine Flasche. Da hinten ist noch einer. Ich denke, da kommt nochmal eine Welle oder so. Oh, da oben. Na, super Deckung! So, ah, zu langsam. Oh, da kommen ein paar. So. So, weiter auf einmal. Der eine hat es richtig weggefetzt. Alter, das Minigeschütz hier. Was macht der da? Oh, da sind ein paar viele. Und noch der Sniper. Ich glaube, der ist halt fast als erstes weg. Da macht der... Alter! Die kommt zu mir hergerollt. Ja, das habe ich ja irgendwo schon mal gelesen. Schon ein bisschen heftig. Weg! So, weg da. Oh, Moment. Der hat gut die Position gewechselt. So, ja. Irgendwann rauskommen? Nö. Ich kann auch hierbleiben. Was mir gefällt. Nee, der blöde Sniper. Na, fast! Wieso kommt der Sniper runter? Da stehe ich jetzt nicht so ganz. Alter, nein! Äh, ich häng! Nein! Moment, 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 Moment. Geht's ja gar nicht. Dräng mich hier zurück. Ich sehe Druck. Kein Bock auf Druck. Nein, fuck, Alter. Oh, jetzt geht er wieder in Deckung. So, wir bauen mal mit der hier rein. Einfach mal so ein bisschen blind. Alter, ich sag's dir. Komm rein, du bist tot. Ah, das ist auch... Ah, das ist auch so einer. Nein, voll daneben. So, den da. Der eine ist auch gleich down. Komm her, komm her. Du bist sowas von tot. Wollt ihr mich verarschen? Geht's gar nicht. Der schießt immer so ein bisschen verzögert, natürlich. Deshalb geht es mit dem Ziel nicht so gut. So, der eine da drüben, der hat auch eine Pumpe. Den sollten wir auch ein bisschen auf Entfernung halten. Guckt er, kann er auch von der einen Seite kommen? So, der ist hinüber. Oh, der hat was Schönes gedroppt. So, nun wieder wechseln. Autsch. Der macht halt auch noch mega damage. Ah, scheiße, der Sniper ist noch da. Aber der macht an sich auch schon mega damage. Ja, oder war es der Sniper? Ich weiß es nicht. Nein, Entdeckung. Das könnte auch der Sniper gewesen sein. So, nein, nein, nein. Fuck. Diese scheiß Roll-Dingsbums-Mine, die in meine Richtung kommt. Die sind nervig. Ja, wieder von vorne, ey. Aber irgendwie liegt hier was. Hm? Ich sehe, dass Agenten der ersten Welle in ihrer Nähe sind, aber sie reagieren nicht auf meine Rufe. Das gefällt mir nicht. So, Hallöchen. Das ist natürlich ja nicht so ideal. Aber richtig gut eigentlich gemeinstattiert hier. Die explosiven Sachen lassen wir mal. Bis die Dicken kommen. Alter, geh down. Geht's doch gar nicht. So, einen Moment. Nachladen. Ah, es geht runter. Ja, da hinten nervt mich aber auch so ein bisschen. Der ist schon ein bisschen zu nah am Explosiven Fässchen dran. Weil die brauche ich natürlich noch. So, gleich kriegen wir auch ein bisschen Leben. Ich warte, bis... bis eine Kästchen vielleicht voll wird. So, den lassen wir jetzt mal so ein bisschen. Wir warten eine Runde. So, einen Moment, einen Moment. Ah, die kommen auch von unten. Der eine geht hoch. Den Sniper lassen wir mal. Von oben müssten auch jetzt die Dicken kommen. So, wieso kommen sie nicht? Solange sie nicht kommen. Probieren wir mal den Sniper so ein bisschen. So, immer noch nicht. Ziel erfüllt. Jetzt einmal. Alter, das hat dem halt gar nichts gemacht. Nein, nein, warte, 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 warte. Wo sind die ein, zwei Lillernen? Ah, die sind auch hier schon ein bisschen unterwegs. Das Problem ist, der eine, der ist ja so ein Sturmtypi. Hallo, du bist kein Sturmmensch. Nein, jetzt kommt die blöde Dings da. Kann ich die irgendwie abballern? Ja, kann mir sogar. Oh. Ich glaube, das ist fast auch in die Luft gegangen. So, ein Moment. Weißt du, das ist so mies. Wenn der einfach reinrennt und der so viel Leben hat, da kann man doch fast nichts machen dagegen. Das ist richtig mies. Das Miese ist, dass meine Granaten und meine Erste-Hilfe-Packs halt immer weniger werden. Dadurch. So, der da. Wichtig. So, auch fast down. Oh, der hat wieder was Schönes gedroppt. Der Sniper da oben, der trifft mich gerade auch so ein bisschen. So, get down. Na, so fast. So, der da weg. Der da weg. Aber der Sniper ist noch da. Der mich so ein bisschen nervt. So, jetzt einmal. So, Moment. Nur noch ein Schuss hier. Na, jetzt geht er ganz nach hinten. Aber so viel Megaschüsse habe ich auch nicht. Immer mit dem Sturmgewehr hier. Ist der Sniper? Ja, jetzt kommt der angerannt. So, solange die noch nicht da sind. Ah, fast down. So, okay. Du hast keine Ahnung. So, okay. Wo kommen sie? Jetzt kommt doch einer. Oder hab's? Nee. Falsch gesehen. So, der springt da immer so mies runter. Na, ein bisschen getroffen. Ich glaub schon. So, down. So, down. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder auf die Mini aufpassen. Wo kommt sie? Ich seh sie gar nicht. Da kommt sie. Oh, der ist richtig mies. Der Sniper scheint nix Spezielles, aber der Ballert halt auch richtig rein. So, bringt das was? Ah, ich komm hier gar nicht hin. So, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil die ja einmal näher kommen. Was macht der hier? Okay, was macht der? Pass den Kratzen ein bisschen auf. So, Moment, ich geh jetzt hier rüber. Arsch! Alter, das macht gar nix. So, wo kommt sie? Eigentlich machen wir denen ja dann auch dadurch Schaden, oder? Was macht das Viech eigentlich hier? Au, 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 au. Fuck, Alter. Scheiße! Bleib da drin! Au, 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 au. Fuck, Alter! Ich will nicht sterben! Ah, ich bin fast tot. So, weg da! Alter! So, erstmal hier schauen. Hier haben wir kaum mehr was. Nein, die Mine! Nein! Fuck! Irgendwie habe ich es geschafft! Deckung, 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 Deckung. Irgendwie die Mine hat mich nicht so ganz getroffen. Der ist halt jetzt gerade richtig mies. auch das Leben. Da drüben noch der Sniper. Wir müssen mal, erstmal schauen. Ja, geschützt ist jetzt noch... Alter, der kann das richtig weit werfen. Autsch! Autsch! Nein! Nicht da. Gut, platt nach. MP? Der nervt mich gerade so ein bisschen. Ein Moment, wo kommst du? Ah, fuck. Egal. Hat ja ausgereicht. Das Ziel ist in Deckung. Mich ist heute wieder volles Leben. Ich will mich verarschen. Geh weg da. Ich brauche Munition. Äh, ich langsam auch. Wink das zu Ende. Das Ziel ist in Deckung. So, mal ein bisschen schauen. Nur eine, oder? Zwei. Das Ziel ist in Deckung. Oh, nein. Okay. Er wechselt nur. Wollte schon sagen. Geh ja nicht in meine Richtung. Jetzt, wo ist er? Nicht gesagt, die Mine? Mit der Mine? Irgendwas? Irgendwie habe ich gemeint, er sagt, was ist mit der Mine? So, ja. Geschütz kann ich auch gerne irgendwo hinschmeißen. So, keine Mine. So, wir können die theoretisch auch mal leer machen. Autsch. Jetzt ist natürlich die Mine wieder ein bisschen blöd. So, viel Spaß mit der Granate. Nur mein Leben. Nein. Ich geh rüber. Arsch. Ganz knapp. Ich brauche Munition. Das Ziel ist in Deckung. Bringt das zu Ende. So, das Bräumäische kommt jetzt immer näher. Autsch. Ich hoffe, der trifft mich hier nicht. Doch, er trifft mich. Weg da. So, was haben wir noch? Oh, die war gut getroffen. Keine Ahnung, was das war. Oh, eine Blendgranate. Auch gut, falls er reinstürmen will. Ah, fuck, Alter. So, der mit seinem Geschütz. Aber viel hat er nicht mehr. Eigentlich. Nein! Wieso geh ich aus der Deckung raus? So, geht ihm. Okay, down. Alter, Falter. Diese Erkenntnisse sind erschütternd. Dass sich Agenten gegen Agenten wenden und ihren Auftrag verraten, das hätte niemals passieren dürfen. Gott verdammt. Seien Sie von nun an besonders vorsichtig. Ich glaube, Sie haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. Ja. Puh. Er ist mal hier ein bisschen verschnaufen. Weil knapp war es schon. Keine Medipacks. Munition. Einige Massen. Ja, können wir jetzt mal ein bisschen auffrischen. Gerade mit dem Sturmgewehr war er ja leer. Granaten auch. Hier kriegen wir gerade noch eine Splitter rein. Hier, wo drüben liegt noch was. Komischerweise sind die Fässer wieder da. Okay. Schauen wir kurz nach oben und dann würde ich mal sagen, ja, wir haben einiges an IP gemacht, aber nicht ganz ausreichend. Scheiße, das werden Sie nie glauben. Der Typ ist doch nihilistischer als ich. Mr. Rhodes, zeigen Sie einfach dem Agenten das Material und lassen Sie es ihn selbst bewerten. Okay? Aber es stimmt. Das ist der Hammer. Jo, okidoki. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder schon und reingehauen. oder? Ja.